Joch, hier ist euer Kapten Jockel, wieder eine Runde FDL und wir sind leider stark beschädigt und mussten schon in den nächsten Sektor fliehen. Wir sind jetzt in diesem Nebel, leben die telepathischen begabten Sneakowalken, hat man schon gelesen? Alles klar, Sneakowalkenbereich, alles klar, alles klar, schauen wir mal, ob wir hier was finden, um uns zu reparieren. Da schon, Notfall, das hängt ja gut an, da schwimmen wir natürlich hin, Notfall, auch wenn wir selber ein Notfall sind, aber nützt ja nichts. Haha, ich wusste, dass jemand auf unserer Heimtürkische Falle, alles klar, machen wir es platt, möglichst schnell. Werden wir sie mal bestrafen, ach, die haben Teleporter, das sollten wir zerstören. Ach, glaube ich, schaffen wir nicht rechtzeitig, das ist mir scheiß mehr drauf, Teleporter zerstörend, zerstören Antrieb. So, ah, gute Idee, dass sie dahin getheraportiert sind. Nehmen wir es an, ja, nehmen wir es an. So, was, haben wir noch auf uns geschossen, die Penner? Äh, wer war jetzt zuständig für die Reparatur der Schilde? Da haben wir noch einen für Schilde hier. Ach, der hier ist wild, das ist wild, das ist Schilde. Aber immer, so. Wo warst du denn zuständig für? Weiß ich gar nicht mehr. Antrieb. Nein, der nicht, der da. Ja, der war mittelmäßig. Schauen wir mal. Okay. Okay, machen wir. Alles gut. Ähm, wir müssen eine Reparatur haben. Wir brauchen einen Shop. Wir brauchen einen Shop, der ist ein Shop. Wie gut. So. Das ist wunderbar. Shop, wir reparieren erstmal alles. Alles reparieren. So. Auto nach Lada. Abklingzeit zwischen Schuss wird um 10% schneller. Exklusiv-Replikator. Braucht 50% kleinerer, okay. Achso, DNA-Bank. Deine Kuh ist im Klonspeicher gesichert, selbst wenn das System aus- oder abschädigt ist. Was haben wir noch? Drohnensteuerung. Was verkaufen? Was haben wir denn hier? Ach ja, wir haben eine Enter-Drohne. Durchbricht die Hülle des Feindschiffes und zerstört es von innen. Dann brauchen wir allerdings eine Drohnensteuerung. Die kostet 85. Das finde ich so teuer. Was ist das denn hier bei einem Ding hier? Simus, Nico. So ist ein schnelleres Laden. Na, ich bin jetzt echt. Ich weiß ganz nicht, was ich nehmen soll. Auto nach Lada. Abklingzeit zwischen Schuss wird um 10% kürzer. Warum 40.95 haben wir 50.95 haben wir nicht. Ach so, wir können ja den eigentlichen verkaufen, den Enter-Roboter. Ja, den verkaufen wir. Vielleicht kostet man auch zu viel Energie. Dann gehen wir kaufen, das Auto nach Lada. Ja. Und jetzt Nico. Und dann kaufen wir noch Treibstoff auf. Das ist ja ganz nicht laufen, oder? So machen wir es. Okay. Das Nico macht jetzt hier Maschine. Weil er hier, der jetzt Maschine macht, der ist so ein bisschen schwach. So ein guter Reparateur, den können wir, tun wir auch dann in die Reservecrew. In die Krankenstation hin. Die haben wir so gut ausgestellt, können springen. Dann geht es weiter. Dann springen wir da hin, dann springen wir da hin, da hin und da hin und dann geht es zum Ausgang. Wunderbar. So machen wir das. Es gibt nur wenige Bieste in der Galaxie, die gefährlicher sind als die Sneko, der mit dem Rücken zur Wand steht. Das gewünschte Schiff, das mit Feuerwaffen bestückt ist, nutzt ein ferngesteuertes Hacking-Tool, um ein Türsystem zu deaktivieren. Die werden dich, die werden dich ausräuchern, weiter. Das ist aber nett von denen. Äh, Waffensystem aufschalten, ganz wichtig. Nur ohne Antrieb. So. Mal gucken. Oh, er ist daneben gegangen. Wir werden da mal einen Unterstützer schicken. Der Antrieb ist im Arsch. Er ist zerstört. Okay, das war's. Auseinander gesägt, weiter. Okay. Wir haben es ganz gut überstanden, würde ich sagen. Können die da stehen, das sind eigentlich auch. So, kein Problem. Gehören nochmal zum Shop und reparieren. Machen wir. Reparieren wir es nochmal schnell. Reparieren, alles schick machen nochmal. Und dann springen wir wieder weg. Oh, wir haben jetzt wieder ein bisschen Käfer, was zu erkaufen, ne? Klonstation. Hilfsbatterie. Energie habe ich eigentlich keine Probleme. Hala. Replikator, Raketenwaffen, Raketenwaffen verbrauchen. Ja, ich habe keine Raketenwaffen. Die DNA-Bank bringt mir auch nicht. Deine Kuh ist in Klonspeicher gespeichert, selbst wenn das System aus- oder abgeschickt ist. Ja, was bringt mir die DNA-Bank denn überhaupt? Ich brauche doch einen Replikator noch für. Hilfsbatterie. Hilfsbatterie. Kost 35. Wer ist auf Gewalt was kaufen? Hätte ich sicher auch nicht ein. Ne, okay, dann haben wir. Wir haben erstmal so weit alles. Okay. Wir können ja unser Schiff ein bisschen ausbauen. Den Punkt, den wir haben. Zum Beispiel. Sauerstoff und das hier. So machen wir das. Wunderbar. Ja, für uns. Das müssen wir uns noch besorgen noch. Das machen wir. Das machen wir noch. Wir springen auf jeden Fall wieder weg. Äh, ja, dann springen wir hier hin. Verbesserter Sauerstoff versucht, das System mit zusätzlichen Energie zu versorgen. So. Das ist die Lage, den hergegen Versuch. So. Ne, geht der hier rein. Der unterstützt dann mal. Und, ähm, für zerstören, also das Waffensystem und das hier. Auf geht's. Ja, kann sein, dass man eine andere stirbt, deswegen. Schiff, 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 schiff. Ja, das ist wieder in Betrieb. So wollen wir den wieder ausschalten. Ja, das ist wieder in Betrieb. Hallo. Beide in die Krankenstation schicken. So. Das wird wunderbar. Da, wir brauchen Energie. Na, holen wir in das Sauerstoffsystem rein. So. Da war der gute, der war der gute Gebiet an seinem Posten. Alles gesund soweit, jo. Alles heil. Auch. Wunderbar. Dann springen wir weiter. Dahin. Und dann dahin. Und dann dahin. Würde ich sagen. Ja, ne? Ja. Ich denke mal so decken. Oder hier. So decken wir da maximal ab. Dann dahin. Dann dahin. Ja, denke ich auch. So machen wir es. Ah ja, Eindringlinge. Ah ja, verbesserte. Ah, da vorne sind sie. Alles klar. Wir lüften da vorne gleich mal. Und verstärken da vorne die Mannschaft. Gleich mal. Das wäre mein Waffensystem uns andein. Waffen ausschalten. Und Tarnung deaktivieren. Um die Tür zu machen. Weil sonst da stecken alle da drin. Okay. Die beiden sind frei. Die können auch mal schnell reparieren gehen. Beide. Waffen sind immer noch in Betrieb. Warum? Und dann seinen Antrieb hier zerschießen. Arschloch. So eine Falle. Natter. Zerstört. Ah, die Geschiffe. Wunderbar. Sehr schön. Wir brauchen hier noch eine Energie. Und dann brauchen wir das. Okay, ich werde auszuprobieren. Alles klar. Ah, ich habe keine Energie mehr. Okay, das läuft. So. Die beiden in die Krankenstation weiter. Okay, dann sind wir bereit. Wir brauchen eine Reparatur. Da ist ein Shop. Ich glaube, wir müssen hin. Wollen wir uns reparieren. Da ist noch einer angeschlagen. Alles reparieren. Wollen wir es verkaufen? Wir haben nichts zu verkaufen. Alles klar. Okay. Das war das. Dann haben wir einen angeschlagen. Wussten wir. So. Alles klar. Dann wären wir soweit. Springen wir dorthin. Dann müssen wir einen Sprung machen. Ja, dann springen wir dann dorthin. Läuft das gerade? Fast zu schnell? Ah. Wollte ich auch sagen. Waffensystem ausschalten. Und Antriebe ausschalten, würde ich sagen. Und für das Energie, ja. Ist da nebengegangen. Alle gehen sie da neben. Was ist da los? Zack, Treffer gelandet. Waffensystem ist auch immer noch ein Betrieb hier. Sieht ihr was? Wir sind feindlich. Sie haben uns besiegt. Nehmen sie, was sie in unserem Frachtraum erst tauschen und sie in unserem Leben leben lassen. Ist ja nicht so doll. Das ist ja nicht so doll, ne? Sie haben... Ich brauche... Oh, nein, noch nicht springen. Ich brauche aber noch einen. Rechne ich aus. 35 kostet das. Na gut. Nein, fällt ja auch. 45 kostet das. Das ist schon Maximum. Blablab. Ach ja. Okay, Antrieb kann man noch voll bis dann, ne? Wollen wir mal einen zum. Dann springen wir mal weiter. Dann springen wir hier hin. Ob es gar nicht wollen wir noch nicht. Da ist schon der nächste. Der ist das mal getarnt, okay. Äh, das können wir mal einreduzieren. Dann können wir auf dem Triebwerk ein bisschen mehr legen. So, das war er wieder. Und dann können wir... Auf jeden Fall sein Waffensystem in Angriff nehmen. Und sein Tarnschild. Beides mögen wir nicht. Nehmen wir schossen, Edgy Batch. Ah, sehr schön. Oh, er ist auch voll Treffer. Ich muss noch mal ein. Ich treffe immer die Türen. Verdammte Scheiße. So, sagen wir mal. Das Wassersystem ist noch im Betrieb von dem. Das ist das Schild. Hey, Schild, Worst Schild? Schild, Schild. Da ist aber der Neuer dran, wo es man 2 Da. Das Schild muss unbedingt stehen. Ich fühle sie da aus resposta. Ich verfikte Tarno funktionieren wir ja noch ganz kaputt schießen jetzt. weiter antrieb wir wollen fliehen antrieb zerstören schießt schießt ja das ist aber wenig was sie uns geben abspräche doch töten sollen nicht natürlich sie weil ich auch mehr schaden erzeugt hat sie jetzt bezahlt haben das echt ärgerlich ausgaben was soll nicht so schön nicht so schön ist so schön ist so schön gar nicht schön okay ja jetzt gleich wieder in den nächsten sektor wie ihr seht und das bedeutet ich mache schon wieder schluss das war's für heute